Hast du in deinem Leben Ängste, mit denen du zu kämpfen hast? Wenn ja, dann ist diese Botschaft genau für dich. Und ich glaube fest daran, dass wenn du diese Regel anwendest, du auch genauso davon profitieren wirst, wie ich in meinem Leben profitiere. Deswegen mit diesem Video teile ich eigentlich meine Erfahrung. Und ich wünsche es mir sehr vom Herzen, dass es dir genauso gut geht. Ja, hallo und herzlich willkommen noch einmal zu dem Thema, das ich, wer Angst hat, kann kein Sieger sein, genannt habe. Es geht heute um Ängste und es geht heute darum, dass wir in uns etwas entwickeln können, dass wir gegen diese Ängste vorgehen können. Warum ist das so wichtig? Weil Ängste etwas sind, das uns dazu bringt, dass wir irgendwann mal lahm sind, dass wir gelähmt sind, dass wir nicht in der Lage sind, uns richtig zu entwickeln. Und das bedeutet nicht, dass wir als Kinder irgendwie eine gewisse Entwicklung vorantreiben müssen, sondern als Erwachsene. Unsere Ideen werden nicht entwickelt. Unsere Beziehungen gehen durchaus kaputt. Auf der Arbeit, im Berufsleben sind wir nicht erfolgreich, wenn wir Ängste haben. In der Gemeinschaft mit anderen Menschen sind wir nicht so komfortabel, wenn wir Ängste haben. Und deswegen ist Angst ein Riesenthema. Und gerade in unserer Situation aktuell finde ich es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, weil wir dadurch zu Siegern werden über all die Dinge, die um uns herum geschehen. Ich möchte einfach mal ein paar Gedanken loswerden und auch insbesondere, wieso ich dieses Thema heute anschneiden möchte. Das wird kein großes Thema sein. Aber ich bekomme immer wieder Zuschriften, Mitteilungen von Menschen, die einfach ihre Sorgen teilen und Nachrichten, die sie jetzt wirklich aus der Welt bekommen und die um uns herum geschehen. Ja, und dann teilen sie und sagen, guck mal, es geht den Bach runter, es wird immer schlimmer. Und ich finde, es ist gar nicht so. Ich finde, wenn wir die Einstellung in uns verändern, dann werden wir auch Dinge sehen, die zukunftsversprechend sind, Dinge sehen und entdecken, die wirklich Potenzial haben, an diese Dinge zu glauben. Und unsere Einstellung wird sich dementsprechend verändern. Lass uns einfach mal schauen, welche Ängste gibt es denn überhaupt. Ängste gibt es ganz, ganz viele und sehr unterschiedliche Ängste. Wir können zum Beispiel Ängste um Kinder haben. Wie sieht es mit dem Kind aus? Kleines Kind geht zum Kindergarten. Kommt er zum Kindergarten an? Kommt das Kind wieder gesund und heil wieder zurück? Werden wir es bringen? Werden wir es abholen? Wie sieht es in der Schule aus? Kommt das Kind gut mit dem Lehrinhalt voran? Wie sieht es mit den Lehrern aus? Dann werden die Sorgen größer. Das Kind fährt Auto. Das sind die ersten Stunden. Dann wird es klappen. Wir sind ständig mit Ängsten umgeben. Und dann gibt es andere Ängste, die auf uns direkt einwirken. Ja, zum Beispiel beruflich. Wie sieht es denn aus? Habe ich da Erfolg? Oder komme ich klar? Und so weiter und so weiter. Also ich denke mal, wenn du ganz einfach in dein Leben hineinschaust, wirst du feststellen, du hast Haufen Ängste. Und Menschen sind oft dazu geneigt, zu sagen, Ängste sind normal. Aber ich finde nicht, dass Ängste normal sind, weil die Bibel lehrt uns, oder bringt uns sogar bei, dass die Bibel keine Angst kennt. Also wenn wir in Gott sind, wenn wir Jesus kennen, dann sollten wir eigentlich früher oder später so weit sein, dass wir keine Ängste mehr haben. Und deswegen möchte ich einfach darüber sprechen. Ich möchte dir einfach etwas mit auf den Weg geben, womit du effektiv deine Ängste besiegen kannst. Das ist für mich ein wichtiges Bestandteil überhaupt dieses Themas. Und deswegen möchte ich dir eine wichtige, also mit eigentlich die wichtigste Ursache für Angstentwicklung in deinem Leben nennen. Woher kommt eigentlich Angst? Und deswegen habe ich es mir so notiert, die Angst kommt durch Glauben. Also Angst in uns kommt tatsächlich durch Glauben. Ist das krass, nicht wahr? Lass uns das mal beispielhaft so ein bisschen vergleichen. Wieso habe ich eigentlich Angst, dass mein Kind zum Beispiel nicht zur Schule ankommen könnte? Weil ich irgendwo gehört habe, dass es vielleicht da draußen in der Welt schlechte Menschen gibt, die vielleicht dem Kind etwas Schlechtes antun möchten. Oder weil ich gehört habe, dass das Kind schon mal einen Unfall oder einen Zwischenfall hatte unterwegs zur Schule. Das heißt, das sind so Bereiche, die uns auf einmal prägen und dann sagen wir, okay, ich habe das und das gehört und es könnte ja auch meinem Kind zustoßen. Das heißt, Ängste. Ja, und egal was du in deinem Leben jetzt an Ängsten hast, wirst du feststellen, Angst ist das Vorhandensein von negativen Wissen in meinem Leben. Das heißt, ich habe negative Erfahrung, ich glaube an diese Erfahrung und deswegen kommt in meinem Leben Angst vor. Das heißt, Angst wird durch den Glauben an schlechte Folgen definiert. Ich glaube an etwas, was schlecht sein könnte und das verursacht in mir dieses Gefühl der Angst. Bedeutet, wenn ich nichts hätte, an was ich meinen negativen Glauben stützen könnte, hätte ich keine Angst. Erstmal ganz leicht gesagt, ja. Lass uns dazu eine Bibelstelle nochmal hören, die sehr interessant darüber spricht. Das ist niedergeschrieben in Römer Kapitel 10 Vers 17. Genauso Überschrift, woher kommt die Angst? Und wir lesen hier, Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Also der Glaube kommt durch Botschaft. Ja, und hier ist es sehr interessant und sehr wichtig für uns. Die Botschaft aber kommt von Christus. Das heißt, die Botschaft für einen Christen, der ohne Angst leben möchte, muss zwangsläufig von Christus kommen. Das ist eine Botschaft, die mich vor Ängsten befreit. Und der Glaube, ja, der kommt durch die Botschaft. Deswegen habe ich gesagt, die schlimmste Ursache für Angst ist der Glaube. Und der Glaube kommt aber durch Botschaften. Das, was ich davor erwähnt habe. Wenn ich an etwas glaube, was ich gehört habe, kann das in mir Angst verursachen. Und deswegen ist es so wichtig, in unserem Leben aufzupassen, was wir glauben. Und weil wir Glauben sowieso immer entwickeln von dem, was wir hören, also von unserer Quelle, dann ist hier auf jeden Fall sofort der Ratschlag da, darauf aufzupassen, welche Quellen ich in meinem Leben für meine Glaubensentwicklung verwende. Bedeutet, das, was ich höre, verursacht in mir zwangsläufig etwas. Und oft ist das, was wir heute in den Medien hören, heute zum Beispiel lesen, egal ob das jetzt, sag ich mal, Pro und Contra ist, für oder gegen etwas ist, egal was, ja, es kann gut gemeinte Nachricht sein, die vielleicht, ja, positiv etwas meint, aber wenn die etwas Schlechtes beschreibt, ist es automatisch eine negative Nachricht, weil ich dadurch etwas Schlechtes, ja, höre und aufnehme. Und das provoziert in mir diesen Angstzustand. Ja, vielleicht bin ich natürlich schlauer geworden, aber das bringt mich nicht weiter, weil das die Angst in mir wieder, oder besser gesagt, ja, die Angst fütert, nicht wahr? Und deswegen habe ich einen zweiten Ratschlag für dich, ja, wie gehe ich gegen die Angst vor? Was muss ich denn machen, damit die Angst weniger wird und damit das, was gut in meinem Leben ist, zunimmt, damit ich einfach mutiger werde? Und dazu möchte ich eine zweite Bibelstelle vorlesen. Das ist in Hebräer Kapitel 11, Vers 27 geschrieben. Da wird Moses als Beispiel genannt, wie er in seinem Leben die Angst besiegte. Es ist heftig. Wir haben in der Bibel allgemein ganz viele Bibelstellen von Siegern, ja, von Siegern, die die Angst überwunden haben. Lass mal David, lass mal Daniel als Beispiel da sein, lass mal Josef als Beispiel da sein. Es sind ganz, ganz viele Männer, die einfach die Angst überwunden haben. Und ich möchte jetzt auch nicht nur Männer nennen, es gibt Deborah, ja, es gibt Esther, es gibt ganz, ganz viele auch Frauen. Also ich sag mal, ganz viele Glaubenshelden, die tatsächlich die Angst überwunden haben. Ja? Und was war der Kerngedanke dieser Menschen oder was war die Antriebskraft, dass sie überhaupt die Angst besiegen konnten? In Hebräer Kapitel 11, Vers 27, lesen wir ganz genau. Durch den Glauben verließ Mose das Land Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem König, sondern ging unerschüttlich weiter, weil er den Blick fest auf den richtete, der unsichtbar ist. Wir sehen hier gleich zwei Dinge, die ich schon angesprochen habe, ja. Einmal Glaube und das andere Mal Vertrauen oder seine eigene Entwicklung, die Entwicklung in sich, darauf aufzupassen, worauf ich in meinem Leben überhaupt achte. Ja? Und wir sehen hier, Mose glaubte mehr an Gott als an den König in Ägypten. Okay? Glaube ist sein Motivator gewesen, der die Angst klein gehalten hat. Ich bin mir sicher, auch Mose hatte zu hadern, nicht wahr? Aber Mose hat sich entwickelt. Der Glaube an den König hat mal in seinem Leben dazu gewirkt, dass er aus Ägypten geflüchtet ist, weil die Angst vor dem, vor der Konsequenz, was ihn dort treffen könnte, ihn gejagt hat, dass er abgehorn ist. Und jetzt ist sein Glaube so hoch, dass er nach Ägypten freiwillig geht und in das Palast des Pfarrhofs hineingeht und sagt so, jetzt habe ich dir was zu sagen. Versteht ihr? Das ist eigentlich total krass, wie der Mensch sich verändern kann. Und ich möchte dich heute motivieren, wenn du sagst, ach klar, ich habe jetzt eine Woche probiert, alles Blödsinn. Nein, Mose hat 40 Jahre gebraucht, bis er wirklich so weit war, dass Gott sagen konnte, okay Mose, ich kann dich gebrauchen. Deine Angst ist überwunden. Es muss bei dir nicht 40 Jahre dauern, oder bei mir genauso. Auch ich habe meine Ängste, aber ich merke, wie doll es mir hilft, meine Konzentration auf diese Dinge zu lenken, die die Angst besiegen. Ich möchte ein Sieger sein. Es gibt Probleme, es gibt Kämpfe, aber es gibt auch einen Weg, das Ganze zu überwinden, nämlich mit der Wurzel Glaube. Woran glaube ich mehr? Und Mose hat mehr an Gott geglaubt, als an die Macht des Pharaos. Und deswegen ist er nach Ägypten gegangen. Deswegen hat er das getan, was Gott ihm gesagt hat. Und deswegen steht hier als Kommentar, warum er das machte, weil sein Blick auf den Unsichtbaren gerichtet war. Weil er Gott wirklich realer gesehen hat. Das Unsichtbare war für ihn auf einmal realer als das Sichtbare, was er vor seinen Augen, physischen Augen gesehen hat. Und das ist das, was ich wirklich dir jetzt nochmal zum Schluss als Rat mitgeben möchte. Ja, es gibt Dinge, die dein Leben beeinflussen. Tagtäglich. Mich genauso. Aber du und ich, wir haben heute die Entscheidung, welche Dinge wir in unser Leben hineinlassen und welchen wir Nein sagen. Das heißt, wenn ich weiß ganz genau, dass mich Nachrichten demotivieren, zerschlagen, zerstören, wenn mich bestimmte Bücher oder Informationen oder Freunde oder was auch immer, wenn das schlechten Einfluss auf mich hat, wenn es mich kaputt macht, wenn es mir, in mir Angstgefühl verursacht oder Unsicherheitsgefühl, dann muss ich zusehen, dass ich mich langsam vor diesen Dingen trenne. Und wenn ich mich davon getrennt habe, muss ich natürlich die Leere mit etwas erfüllen. Und deswegen hier mein Ratschlag, erfülle es mit Gottes Wort. Schau mal, was Gott dir zu sagen hat. Fang an, die Bibel mehr zu lesen als die Nachrichten. Oft sehe ich immer wieder, dass wir, selbst in meinem Leben, sobald ich nicht aufpasse, die Bibel zehn Minuten am Tag, Nachrichten eine Stunde. Und das merkst du, vielleicht nicht sofort, aber es vergeht eine Woche, zwei Wochen, auf einmal merkst du, dass du auf einmal wieder fremdgesteuert bist. Und das sollten wir wirklich in unserem Leben entfernen. Ich denke mal, wenn du das in deinem Leben lernst, richtig zu positionieren, dann wirst du feststellen, dass du keine Ängste mehr hast. Weil Angst nicht von Gott ist. Angst kommt nicht von Gott. Angst ist ein negatives Gefühl, das in deinem Leben durch Wirken des Teufels hervorkommt. Gott ist nicht der Schöpfer der Angst, sondern die Angst ist die Abwesenheit von Gott. Adam hatte Angst, als er sich von Gott entfernt hatte, als er sich versteckt hatte. Da wird dieses Gefühl der Angst beschrieben. Als er plötzlich die Verbindung zu Gott verloren hatte, hatte Adam Angst. Okay? Davor hatte er niemals Angst. Und das ist das, was uns heute motivieren sollte. Je mehr ich mich zu Gott wende, je mehr ich von Gott mich inspirieren lasse, desto weniger Angst werde ich in meinem Leben haben. Und auf diese Weise wirst du ein Sieger sein. Viel Glück damit, viel Erfolg damit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.